Stress ist ein inakzeptables Phänomen, das wir alle gut kennen. Wir können dem Stress nicht entfliehen, aber wir können einen Weg kennen, damit umzugehen. Einer dieser Wege ist Kreativität. Handmade Reden mit den eigenen Händen zu halten kann helfen, das Nervensystem zu beruhigen. Stress abzubauen und die Stimmung zu verbessern.